Mir doch egal, Folge 17. Können traditionelle Unternehmen noch Innovationen? Wenn man heute über neue Produkte nachdenkt, könnte man denken, das können nur noch Startups. Aber dem ist ja nicht so. Wenn Sie in einen Bioladen gehen, wird Ihnen auffallen, wie breit plötzlich Brot Aufstriche der unterschiedlichsten Varianten im Markt auftauchen. Der Ampeter Allos zum Beispiel macht hier einen Linsenaufstrich. Schönes Design, auffallend, nicht schlecht fürs Riegel. Ganz was anderes, Corny, das ist quasi der Müsli-Riegel als Brotaufstrich. Spannendes Projekt von Schwartau, hier eine Line-Extension im Markt zu etablieren, ist auf jeden Fall was Neues. Haben Sie eine Vorstellung, wie schwierig es sein dürfte, die Mayonnaise neu zu erfinden? Tommy hat es jedenfalls versucht und bringt verschiedene Mayonnaise Varianten. Das soll hervorragend zu Avocado oder auch zu Garnelen schmecken, könnte ich mir lecker vorstellen. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Startup. Das ist aber nicht. Das ist ein Unternehmen aus Kalifornien, gibt schon seit 15 Jahren. Die haben vor, irgendwie stylische Reinigungsmittel zu platzieren. Das finde ich ziemlich witzig und ambitioniert. Aber sieht schon mal anders aus. Hier haben wir vegan und friendly. Aber sieht nett aus, ist natürlich auch nachhaltig und Bio und alles. Sehr spannend gibt es zum Teil auch schon im deutschen Markt. Und jetzt noch ein traditioneller obendrauf. Was glauben Sie, ist die älteste vegetarische Marke der Welt. Das ist die Marke Eden, die ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, schon als Kind wahrgenommen habe. Und zwar habe ich die immer im Reformhaus vertratet. Aber Eden macht neuerdings auch Convenience-Artikel. Hier ist eine Suppe, die man kalt und warm essen kann. Suppe ist ein spannendes Thema. Aber sie machen auch Fertiggerichte. Hier ist zum Beispiel ein Nudel-Reis-Gericht. Auch sehr nett aufgemacht. Finde ich ganz spannend. Und wenn dann Unternehmen wie die Ölmühle Solling. Das hört sich jetzt ein bisschen sehr verstaubt an. Aber wenn man sich das Verpackungsdesign anguckt, auch die Produktidee, also hier ein Pesto mit Kirschtomaten oder hier mit Walnuss und es gibt noch mehrere Varianten, dann tut sich da eine ganze Menge und ist überhaupt nicht verstaubt. Design prima, Produktidee prima. Ich finde es klasse, dass neue Ideen nicht nur von jungen Hipstern kommen, sondern auch von gestandenen Unternehmern. Das ist mir nicht egal. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Mir doch egal.